das wäre ich sagen sollen findet sie bevor sie euch umbringt wenn wir hier so schießen das wäre glaube ich das dümmste was ich machen kann da kann ich auch direkt hallo ich bin hier in den spielladen anschauen ist aber nichts dran scheiße ich weiß nicht ich habe die vier steine irgendwie immer lieber gehabt so mal gucken ich entferne mich glaube ich wieder das ist keine gute idee dazu machen da wo ich das letzte mal gestorben bin einfach mal weiter einfach mal in die richtung weiterlaufen ich habe da auf jeden fall schon mal einen gesehen du bist so arschloch da bist du nee bis der sturm schneesturm ist so dicht der kann mich nahm dazu oder doch es ist arschkalt dafür kann ich ihn nicht sehen das ist nur viel schlimmer so komm jetzt habe ich dich gleich 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 das ist intensiv das ist intensiv wirklich ich gucke mal da ich hier irgendwo woher kann ohne hier jemanden hinein zu laufen ich glaube jetzt bin ich hier wieder im spiel ja dann liegen noch die leute die ich umgebracht habe scheiße wo geht es jetzt lang wo geht es jetzt verdammt nochmal lang verdammt nochmal verdammt nochmal das war auch so ein scheiß schnee mal gucken hier hier ist der schulboss hier ist aber auch kein sonstiger punkt wo ich hingehen könnte habe ich noch ja ich habe noch einen siegestein ok wo kann ich sonst da hin kann ich hier vielleicht irgendwo hin da ok ja dankeschön es nervt mich zwar manchmal ich habe mir gesagt wird wo ich hin soll aber in diesem fall ist es ganz praktisch weil ich sonst nicht gewusst hätte wo lang ich muss hier hin da hätte ich so das geht doch ich bin ein bisschen schwerer gewesen zu finden äh ein ersthilfekit sehr gut ich habe mir nicht so das gefühl dass hier welche sind ich weiß ja auch nicht aber anscheinend nicht können wir doch gehen mal draußen ich muss mich sagen wie das ist das ist auch du kannst du kannst nirgends hin willst du raus dann hol dir doch den schlüssel dann hol dir doch den schlüssel das ist nicht das ist das ist du kannst Der Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Ich brauch die Schlüssel. Was ist jetzt, Ellie? Muss zu... Ups. Hallo, Ellie. Ah. Da bist du ja. Hey, Ellie. Das mit dem Pferd... Da bist du ja, Ellie. Ach, schön. Komm, du mal. Weißt du, ich wünschte, du hättest James nicht getötet. Ein guter Junge. Mach dir nichts. So. Oh, oh. Er hat eine Mahete, oder soll ich... Hey, ich sehe dich. Ah, das ist nicht so. Oh, 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 oh. Vorsicht. Lauf, kleines Esschen, lauf. Scheiße. Das ist eine letze. Du Arsch. Finde den schon noch. Da bist du. Hab dich gesehen. Ja. Ja. Intenser Kampf. Intenser Kampf. Scheiße. Okay. Seit er die Machete hat, sollte ich aufpassen. Okay, ich habe es noch. Gut. Gut. Die Scherben sollte ich aufpassen. Nicht reintreten, wenn du gehst. Aha, da ist er. Ja. 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 Das war's. Okay Die Herausforderung steht auf jeden Fall schon mal Scherben, scheiße Aufscherben Scheiße Scheiße Hohohohohoho Schnell Ich fahre hier um die Ecke schauen und welche in welche Ecke kommt. Scheiße, guck da hin. Aber er läuft wahrscheinlich auch gleich mal. Ja. Guck jetzt hier in die Ecke. Ja. 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 Ja.